Hi Leute, ich bin auf dem Planet Jameson in Atlantis und dort im Mest District. Hier ist so eine Art U-Bahn und dort gibt es einen Zugang in die Unterwelt, den möchte ich euch jetzt mal zeigen. Laufen wir hier einfach runter, biegen links ab und dann sehen wir dort einen Fahrstuhl, den nehmen wir. Da steht auch hier schon dran Unterdeck. Jetzt sieht es nicht mehr so schön clean aus, wie ihr seht. Hier gibt es eine Medbay und es gibt hier Waffenhändler. Ein etwas zwielichtiger, er rennt einfach geradeaus bis zu dieser Abbiegung. Dann kommt ihr hier zu Apex Electronics. Der ist ein bisschen zwielichtiger, aber ein guter Händler ist hier um die Ecke UC Surplus. Hier gibt es auch Anzüge und all sowas. Ich wünsche euch viel Spaß in Starfield.